Verarscht! Hohoho, ich bin so gemein. Das war jetzt fast schon witzig. Äh, hatte ich da zuletzt gespeichert? Nein. Nee, Bios. Ich rückte mich an. Muss ich denn hin? Ach, da lang. Ah, ich muss. Nicht so. Was bist du denn für dringend? Die Blumen sehen anders aus. Oh Gott, ist der Reaktor laut. Soll ich vielleicht mal leiser drehen, mein Sound? Soll ich vielleicht mal was treffen? Ja, komm schon. Hallo? Ich muss ja erst mal kurz... So, viel besser. Oh, ist das laut. Ist ja ikklig. Icklig. Voll scheiß im Dreck, Alter. Ich hoffe, das sind so einfache Flieger, die mich gleich wegsprengen. Äh, wir töten sie mal, weil ich's kann. Nö, nicht mal alles totschießen. Red doch lieber mal mit den Leuten. Sieh das doch keine Freundin, weil die Frauen nicht mehr totschießen, statt mit ihnen zu reden. Ja, passiert schon manchmal, ne? Also, sie unterhält und dann einfach mal totschießt und... Nein. Scatter. Äh, Moment. Scatter war was anderes. Ich erklär jetzt mal lieber nicht, was das ist. Das könnt ihr selbst googeln. Geht auf, geht auf, ne Suchmaschine und sucht es selbst. Und habt Spaß daran, das ist total... Ist fast so lustig wie diese... Nein, ist ein bisschen lustiger. Du bist hinter mir. Du bist noch mehr. Was wollt ihr da? Wieso kommt ihr von hinten? Ich bin keine Frau. Hä? Redet mal Deutsche. Scheiß, außerirdische da. Oder was auch immer jetzt ist. Sieht für mich aus wie... Fliegt da rein und du bist tot. Deswegen fliegst du da rein. Nein. Wofür brauche ich denn das? Um da durchzukommen? Ich bin an, ich sterbe, wenn das mich verriert. Ich geh mal ganz nahe hin. Ja. Dasselbe passiert, wenn man das mit der Brüste von Frauen macht. Ich muss da durch, oder? Nö. Oder muss ich da doch nicht durch? Klett mir das mal jemand? Klett mich auf! Ich komme da scheinbar nicht durch. Oh, ist noch nicht abgestürzt, überraschenderweise. Könntest du dir auch mal mit diesem Loch probieren. Ist ja langweilig. Oh, nö. Wie geht der Scheiß schon da los? Ist da hinten noch so? Hä? Moment, das ist doch jetzt verarsche, oder? Ich bin den ganzen Weg dahin geflogen, für nichts. Nicht doch herkommen. Warte, haben. Hauptsache noch mal. Schnauze. Oh. Okay. Sterilisierungsfeld deaktiviert. Sterilisierung. Voll lustig. Komm. Geh kaputt, du Pusteglume. Sehr klumpige Pusteglume. Sieht aus, dass ich die Grafiken gemacht habe. Vielleicht die kaputt schießt? Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Nee, oder? Habe ich das schon mal probiert? Sag mal an. Ich glaube, das habe ich schon mal probiert. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Gut, dass wir das nun wissen. Noch einmal, vielleicht. Eventuell, möglicherweise. Ich weiß jetzt immer noch, wo es weitergeht, aber hey. Wayne. Also, das war nun nicht nett. Wirklich. Das mache ich doch auch. Das kann gar nicht nett sein, wenn ich das mache. Das ist auch noch so ganz ohne Vorankündigung. Spinnst du. Ich habe nicht gespeichert, nachdem ich... Ach, scheiße. Jesus sagte mir dann, dass ich nicht gespeichert habe. Oh, ihr seid so nutzlos. So schaut ihr überhaupt zu. Verpisst euch. Wenn ihr nichts sagt. Mensch. Sprecht doch hier nicht... Ja, hier ist Schutzschild. Ich hatte null Schild. Was soll denn da ausfallen? Bitteschön. Hm, was war denn jetzt? Ich drücke Tastenkombination. Alt-F4 ist immer eine gute Kombination. Damit aktiviert man den meisten Spielen, denen du gewinnst, sofort. Cheat. Einfach mal ausprobieren. Funktioniert auch bei Online-Spielen sehr gut. Einfach mal Alt-F4 drücken. Und schon seid ihr ja unverwundbar. Habt Aim-Bot aktiviert und so weiter. Was man halt so hat beim Alt-F4 drücken. Ach komm, was soll's. Ich sporn. Ich sporn ja da eh gleich. Und ich habe ja noch drei Leben. Die ich dann nachher wahrscheinlich wieder brauchen werde. So, damit die Autospur ein wenig größer wird. Hö, hö, Nitro. Kann man das trinken? Volles Bug. Äh, Death Bug. Da steht Wasser an der Decke. Hm. Sag mir doch, dass ich die Waffen schon wieder auf Scheiße gewechselt hab. Geh. Poi. Geh sterben. Bin ich voll dafür. Ah, jetzt fällt es was auf einmal runter. Vollverpackt. Ach ja, kriege ich ein Leben. Oder so. Bei diesem Animator-Dingsbums. Ich glaube, so zumindest der Finio. Aber der Finio, der automatisch Unrecht. Von daher habe ich kein Leben bekommen. Oh, da ist noch einer. Sollte ich vielleicht auch mal töten. Haha. Ja, ich bin so gut für dich, kleiner Turm. Full Power Level. Das ist wie, als wenn man Olli Schnaps trinkt. Die wischt schon so, keine Ahnung. Äh, Strohrum, 80, wie hieß das Zeug? 80 Prozent. Kann man auch in sein Auto schicken. Also, wenn man Benzin a la ist, schüttet ihr ein neues Auto. Das wäre damit auch. Da brauch ich jetzt bestimmt das Nitro, oder? Nö. Oh, was zur... Oh, ich hab... Gut, brauche ich auch nicht. Merkwürdiger Raum. Das ist verwirrend, das passiert gar nicht. Ihr nicht ausweichen. Besser drin auch zerhackt, oder ist das nur für mich relevant? Hat auch so seine Probleme, da rauszukommen. Ich weiß nicht, was ist das da? Ist das nicht die Titan? Die Titanic, Baby. Große Explosion. Das ist doch ein Feind, oder? Neun. Scheinbar nicht. Scheinbar zum Einsammeln. Oh, was bist du denn? Ach, du bist doch dieser Minenleger. Ne, du bist kein Minenleger. Du schießt. Du schießt mit Trojax. Fick. Du bist der Port nicht abstürz, wenn er zu oft lädt. Nein, das ist der Falsche. Mal kratzen hier. Ich benutze mal was. Ich bin mal ganz clever. Haha, jetzt hast du keinen Trojax mehr. Haha, fick dich. Es nimmt dem Gegner die Waffen weg. Deine Mutter nimmt dem Gegner die Waffen weg. Das Ding halt Instant Death ist. Also beim Gegner, nicht bei mir. Was ist denn jetzt? Problem gelöst. Ah! Würdet ihr dann bitte mal sterben? Nichts gibt's. Wie ich getroffen habe, habe ich es gesehen, wie es voll in sein Gesicht flog. Halt die Fresse. Acht auf deine Mutter, ey. Weißt du, ich habe keine Waffenenergie in mir. Ah, okay. Moment, ich muss auf. Wo ist ein Muck? Muck ist irgendwo da unterwegs. Muck. Aha, ich habe... Warum ist auf einmal meine ganze Waffenenergie weg? Ich hatte doch vorhin noch ewig viel. Ach, fick dich. Dann eben nicht. Lande ich mir jetzt wieder. Ach da. Kann man einfach drüber fliegen. Verstehe das Hindernis nicht. Verstehe es nicht. Erst zur Hölle. Du lebst immer noch. Ja, richtig. Die sterben hier ja nicht, wenn man stirbt. Ich will warten, dass die sterben, wenn man stirbt. Ah, es ist doch so... So voll für den Arsch. Da eben Solaris. Was bist du denn da? Ah, verpfiffst dich doch. Das ist voll rassistisch, was du da machst. Ah, jetzt zieht es mich nach unten. Passt schon. Machen wir es anders. Ah, wir fliegen nochmal zurück. Zurück, rück, rück, rück. Fliegen nicht zurück. Das Spiel ist so scheiße. Spinst wohl. Ach, was ist das aber festgelegt, wenn man nach unten und nach oben gezogen wird? Ich erkenne da nicht so wirklich ein Muster, ehrlich gesagt. Also von tiefer Höhe technisch Dingsbums, ne? Wisst Bescheid. Hä? Was sind die? Oh, da lag noch irgendwo Munition. Habe ich schon. Ah. Munition. Noch mehr Munition. Und noch mehr Munition. Geht halt nur so viel zu schnell aus. Diese N2 war das nicht so das Problem. Also meistens nicht. Meistens nicht. So. Wir wollen. Wir wollen. Und ich glaube, keine Rucklamme wie es aussieht. Hm. Na ja. Was auch immer. Ich hau' ne Nachbrennerei. Ne. Ist jetzt alles verzieht, bis man endlich mal vorwärts kommt. Ich glaube, ich bin fast schon ein bisschen zu tief. Ach. Egal, Karl. Ich habe immerhin schon 31 von 103 Gegnern getötet. So, jetzt könnt ihr einpacken, wenn ich nicht in die Wand fliege. Äh, in die Loch. In die Loch in der Wand. Äh, da, wo der Mordor das Loch gelassen hat für die Tür. Und dann irgendwann keine Tür eingebaut hat. Ein sehr unangenehmes Fenster, wenn da Feuer reinkommt. Äh, unangenehmes Loch in der Wand. Ist ja kein Fenster. Oho, eine Restart-Position. Oh, Quantum. Da hier. Ich konnte immer nach einem Update für den. Dings suchen. Die letzten Updates haben ja nicht funktioniert. Äh. Oh, ne. Die Mine. Ich muss erstmal wissen, wie man die Mine benutzt, bevor ich sie mitnehme. Bevor sie es lohnt, sie mitzunehmen. Ich hoffe, da kommt mir kein Feuer entgegen gleich. Oh, du hast zu langsam. Feuer! Feuer! Aber jetzt. Feuer! Na, nur eine Explosion. Kennt man ja. Ständig explodieren Dinge um einen herum. Haha. Wie ich direkt den richtigen Schacht gefunden habe. War vielleicht doch nicht so richtig. Wenn die Raketen auch mal Schaden machen würden. Oder mal explodieren würden. So in gigantischen Explosionen wie die Titanen. Warum kriege ich nicht mehr Titans? Warum habe ich in der vorherigen Mission keinen Titanen bekommen? Warum kommt da jetzt schon der Gegner? Warum sehe ich die nicht? Ach, das sind nur die, richtig. Die harmlosen machen diese Fluggeräusche. Die weniger harmlosen machen dann die unangenehmeren Geräusche. Wie, du bist jetzt tot und so. Ihr müsst doch natürlich noch vor mir fliehen, durch den engen Gang pressen. Dingsbon. Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich betrinke mich. Haha. Dann kann ich nochmal. Was zur Hölle bist du denn? Was ist das denn jetzt schon für eine dumme Scheiße? Okay, ich weiß nicht, was es ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Tschüss. Ah, eine Restart-Position ist aktiv. Oh, wie niedlich. Könnt ihr mich töten, wenn ich nicht aufpasse? Ach, irgendwo. Ich bin untötbar. Ich bin da untöterisch. Was bist du denn für einer? Warum haben die immer Trojax? Habe ich auch nicht. Also gut, habe ich schon, aber es ist scheiße. Warum habe ich die Titanen nicht mehr? Ich will nicht schon alle Leben verheizen. Vor allem Eintreffer, ich bin tot. Ach, komm schon. Warum ist die Wand so nahe? Wann kann ich da nicht durchfliegen? Das ist doch total unfair mir gegenüber. Ja, dein Mutter. Oder was hat er gerufen? Deine Mama, oder? Äh, Mama, oder? Was weiß ich? Nicht wichtig, er ist tot. Ich nicht. Ich bin nämlich untöterisch. Ich entwickle, er hat sich solche beschissenen Räume ausgedacht. Ich habe gerade irgendwas kaputt geschossen, glaube ich. Kann ich noch mehr kaputt schieben? Ja, was auch immer das jetzt bringt. Äh. Ja. So lange hinter mir ist einer, ne? Ja, und vor allem, wir sind auch welche. Das ist schön. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ja wunderbar. Oh, ich habe wieder Munition gefunden. Das ist schlecht. Jetzt habe ich wieder Munition. Geh doch mal sterben. Ach, das sind solche Dinge. Ich erinnere mich immer noch an Earth 2051. Das kam? Ne, der Vorgänger kam, glaube ich. Wann kam Earth 2041 raus? Ja, ich hänge da fest. Mein Vater will wieder irgendwas. Also, mein Vater. Oh Gott. Ich habe... ...berhaupt keine Munitionsprobleme in diesem Spiel. Das ist überhaupt nicht. So gar keine. Nie nicht. Das war ziemlich sinnfrei, dass ich die überhaupt kaputt geschossen habe. Ich kann nämlich jetzt hier nichts tun. Ich habe ja Pornos aus dem Internet laden. Komm, los. Download. Auch in der Zukunft wird es das Internet geben. Denn irgendwo muss man seine Pornos hier runterladen. So. Dann... Oh. Ich habe übrigens nichts da. Geht dir. Pfeu. Pfeu. Ich habe noch 116 Schuss. Ich habe wieder mehr. Wenn ich mal wüsste, wie viel ich mit einem Schuss überhaupt verschieße. Ich gehe mal aufpassen. Boah, 12. Ich spinne doch. Ja. So. Hier weiche ich über die Kugeln elegant nicht aus. Und dann jagen wir den Panzer hoch. Aha. Ganz wie in der Realität. So sieht mein Alltag aus. In einem Raumschiff hocken. Durch die Gegend fliegen. Auf alles schießen, was sich bewegt. Wenn ich gerade nicht mit einem Hammutpanzer durch die Gegend fliege. Und auf alles schieße, was sich bewegt. Ich glaube... Ich muss. Ich will. Wo will ich denn lang? Wo ist denn das Loch? Da will ich nicht lang. Da will ich definitiv nicht lang. Muss ich das Ding töten? Was glaubst du denn? Oh. Das ging ja schneller als erwartet. Ich habe die Sass bekommen. Ist ja fett. Die habe ich schon lange gemerkt habe. Der hat schon wieder Zrojax. Oder S. Vielleicht auch eine Sie, ne? Ach, Sie, S. Ich glaube alle. Alles dasselbe bei Frauen. Da gibt es keinen Unterschied. Es geht nur mit Brüste und ohne Brüste. Ich sollte nicht so nah ranfliegen. Dann trifft es vielleicht mich auch nicht jedes Mal. Kann es sein, dass das Ding mich ignoriert? Hey, ignorier mich nicht. Ich bin gefährlich. Vor allem für mich selbst. Will ich wirklich mal eine Munition verschießen an diesem Ding? Das bringt mir das zuständig. Außer dass man eine Statistik höher wird. So, versuchen wir es mal mit der Version. Muss ich kurz vorher noch schauen. Nein, geht immer noch nicht höher. Ach, immer diese veralteten Auflösungen. Bitte. So eine Auflösung kann man irgendwer hier nicht.